Hallo, ich bin Thomas Campbell. Ich bin Physiker und Bewusstseinsforscher und Autor der My Big To Trilogie. Ich möchte Ihnen eine neue Reihe von Konzepten vorstellen, die sowohl die objektive als auch die subjektive Welt und ihren persönlichen Platz und ihre Möglichkeiten in beiden Welten logisch und wissenschaftlich im Detail erklären. Und ich werde dies in einer leicht verständlichen Sprache tun. Diese Konzepte werden Ihr Leben vermutlich auf dramatische, positive Weise verändern. Viele dieser Informationen sind in einer Trilogie von Büchern mit dem Titel My Big Toe enthalten. Es ist eine Big Toe, eine große Theorie von allem, weil sie eine vollständig wissenschaftliche und logische Theorie von allem darstellt. Von allem Objektiven und von allem Subjektiven. Ja, von absolut allem. Der Gesamtheit Ihrer Realität. Es ist My Big Toe, meine große Toe, da sie, solange sie nicht vollständig durch Ihre eigene persönliche Erfahrung bestätigt wird, nicht Ihre große Toe sein kann, verstehen Sie? Wenn etwas nicht in Ihrer persönlichen Erfahrung enthalten ist, kann es nicht Teil Ihrer persönlichen Wahrheit sein. Sie können es glauben oder nicht glauben, aber keines von beidem trägt irgendeinen wirklichen Wert zu Ihrem persönlichen Verständnis bei. Diese Konzepte sollen nicht geglaubt werden. In der Tat sollte jede Art von Glauben grundsätzlich vermieden werden. Dies ist eine Theorie, die gänzlich innerhalb Ihrer eigenen subjektiven Existenz, Ihres eigenen subjektiven Daseins gelebt und erfahren werden kann, und die Ihnen ein weitaus tieferes Verständnis der objektiven Welt und Ihres Platzes darin vermittelt. Sie stellt eine allgemeinere und fortgeschrittenere Physik für die objektive Welt dar und beantwortet die großen Fragen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wie kann ich in dieser subjektiven Welt Frieden, Ruhe und Erfüllung finden? Die Konzepte in My Big Toe werden Sie in die Lage versetzen, das Was, das Warum und das Wie der Welt, in der Sie leben, im Detail zu verstehen. Es gibt keinerlei Glaubenssätze und lediglich zwei Annahmen, die diesen Ideen zugrunde liegen. Die erste Annahme lautet, Bewusstsein existiert. Und die zweite, Evolution existiert. Aus diesen beiden eher banalen und offensichtlichen Annahmen wird alles andere logisch hergeleitet. Ein großer Teil der Wissenschaft, die sich direkt aus einem tiefgreifenden Verständnis von Bewusstsein ableitet, ist in der Playlist »Die Wissenschaft hinter MBT« auf diesem kosten- und werbefreien YouTube-Kanal zusammengestellt. Die geeignete Geisteshaltung, um dieses Material zu verinnerlichen, besteht darin, allem gegenüber unvoreingenommen bzw. aufgeschlossen und gleichzeitig absolut und vollkommen skeptisch zu sein. In meinem Modell des Bewusstseins und der physischen Welt ist Bewusstsein fundamental. Aus materialistischer Sicht gibt es eine Pyramide, die die zunehmende Komplexität der harten Wissenschaften bzw. der Naturwissenschaften beschreibt. Und manchmal als Hierarchie der Wissenschaften bzw. der wissenschaftlichen Erkenntnisse bezeichnet wird. Beachten Sie, dass sich die Physik als die grundlegendste Wissenschaft ganz unten befindet. Die Chemie hat ihre Wurzeln in der Physik. Die Biologie hat ihre Wurzeln in der Chemie. Und Bewusstsein hat seine Wurzeln in der Biologie. So sagen die Materialisten. Und implizieren damit, dass die Biologie, sprich das Gehören, Bewusstsein erzeugt. Dieser Glaube ist nur einer von einer ganzen Reihe an Vorstellungen, die sich im begrenzten akademischen Denkbereich befinden, da der Materialismus der vorherrschende Glaube unserer Kultur ist. Auf der nächsten Folie sehen Sie, dass ich Bewusstsein von der Spitze der Pyramide in einen fundamentalen Raum unterhalb der Physik verschoben habe, der sich außerdem jenseits und außerhalb des physischen Raums der physikalischen Wissenschaften befindet und in den subjektiven Raum der nicht-physischen Wissenschaften hineinragt. Denn Bewusstsein ist ein nicht-physisches Phänomen. Es ist gänzlich subjektiv. Ja, dies impliziert, dass die Physik logisch vom Bewusstsein abgeleitet werden kann. Das ist in der Tat möglich. Und genau das wurde auch getan. Die moderne Physik basiert im Wesentlichen auf der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie. Und beide lassen sich direkt aus dem Verständnis von Bewusstsein ableiten. Also, was ist Bewusstsein? Ich definiere es einfach als Gewahrsein mit einer Wahl, einer Entscheidungsmöglichkeit. In diesem Fall bedeutet Gewahrsein, dass man sich sowohl seiner selbst als auch der Dinge außerhalb seiner selbst gewahr ist. Auswahl impliziert Erinnerung. Andernfalls würde jede Entscheidung als die erste und einzige Entscheidung erscheinen und somit bedeutungslos sein. Darüber hinaus implizieren Erinnerung und Entscheidungsmöglichkeit Wachstum bzw. Veränderung im Gewahrsein, da sich das Gewahrsein der Konsequenzen seiner Entscheidungen bewusst wäre. Mein Modell beginnt mit der einfachsten möglichen Form von Bewusstsein und lässt es sich auf natürliche Weise weiterentwickeln, wie es die Logik erfordert. Aus den logischen Notwendigkeiten dieser Entwicklung oder Evolution kann man eine allgemeinere Physik ableiten, das heißt ein umfassenderes Verständnis der objektiven Welt. Dann ein vollständigeres Verständnis der subjektiven Welt, einschließlich der intuitiven Seite von Bewusstsein, die sämtliche Psy-Phänomene, sämtliche paranormalen Phänomene enthält. Für meine Bewusstseinsforschung habe ich eine Reihe von Bewusstseinsfakten entwickelt, subjektive Fakten, Dinge, von denen ich wusste, dass sie wahr sind, durch meine umfangreichen, wiederholt durchgeführten Experimente. Als Physiker verfüge ich ebenso über eine Reihe von materiellen Fakten, objektive Fakten über die objektive Welt, die wir als unser physisches Universum bezeichnen. Ich begann nach einem logisch-konsistenten, übergreifenden Modell der Realität zu suchen, das beide Arten von Fakten erklären würde. Ein Modell, das falsifizierbar ist und verlangt, dass alle Fakten nur durch mehrfache, wiederholbare Experimente definiert werden. Wie bei jedem wissenschaftlichen Modell sollte es ausschließlich nach seiner Fähigkeit beurteilt werden, alle bekannten Fakten zu erklären und neue Fakten vorherzusagen und nicht danach, wie gut es mit den aktuellen Glaubenssätzen wissenschaftlicher und kultureller Dogmen übereinstimmt. Beim Erstellen dieses Modells habe ich die Worte und Metaphern der modernen Computertechnik verwendet, weil sie am natürlichsten mit den Fakten übereinstimmen. Das ist nicht bloß deshalb so, weil es sich um ein Informationssystem handelt. Gewahrsein ist ein Gewahrsein von Informationen, nicht mehr und nicht weniger. Das MBT-Modell der Realität erfordert, dass Bewusstsein die Grundlage ist. Das ist einer jener Fakten, die ich bei der Erforschung des Paranormalen mit Bob Monroe gelernt habe. Bewusstsein ist ein Informationssystem. Ich nenne dieses System das größere Bewusstseinssystem, LCS. Das bedeutet, es wird von der Notwendigkeit angetrieben, seine Entropie zu verringern. Stellen Sie sich ein Informationssystem mit zufälligen Bits vor. Es besitzt keinerlei Information. Wenn es einige seiner Bits ordnet und dieser Ordnung eine Bedeutung gibt, verfügt es nun über eine gewisse Information. Entropie ist ein Maß für Unordnung. Das LCS erhöht oder senkt seine Entropie, entsprechend der Entscheidungen, die es trifft. Positive Entwicklung wird durch Entscheidungen erzielt, die die Entropie verringern. Das größere Bewusstseinssystem separiert Teile von sich selbst als individuierte Bewusstseinseinheiten, IUOCs mit freiem Willen, um mehr und bessere Möglichkeiten zu schaffen, seine Entropie zu verringern. Diese IUOCs, diese individuierten Bewusstseinseinheiten, sind wir. Das größere Bewusstseinssystem separiert außerdem einen Teil von sich selbst, der als Server bzw. Computer für diese virtuelle Realität dient, die sich auf natürliche Weise aus einer Reihe von Anfangsbedingungen und einem Regelsatz entwickelt. Der Regelsatz definiert, wie sich diese Anfangsbedingungen im Laufe der Zeit verändern können. Auf diese Weise werden den einzelnen Bewusstseinseinheiten anspruchsvollere und folgenreichere Entscheidungsmöglichkeiten geboten, um ihre eigene Entwicklung zu fördern. Eine individuierte Bewusstseinseinheit, die IUOC, ist der Spieler eines menschlichen Avatars innerhalb einer virtuellen Realität. Unsere sogenannte physische Realität ist eine sich entwickelnde virtuelle Realität, die von Bewusstsein berechnet wird. Es handelt sich dabei nicht um eine programmierte virtuelle Realität, sondern um eine virtuelle Realität, die sich ausgehend von einer Reihe von Anfangsbedingungen immer noch weiterentwickelt und ein Regelsatz definiert, wie sich diese Anfangsbedingungen abhängig von der Zeit verändern können. Die virtuelle Realität, die wir als unsere physische Realität bezeichnen, wird von dem größeren Bewusstseinssystem berechnet und Datenströme werden an jeden einzelnen seiner individuierten Bewusstseinseinheitenspieler gesendet. Die gesamte virtuelle Realität existiert lediglich im Geiste der Spieler. Das mag sehr weit hergeholt erscheinen. Aber wenn Sie dieses neue Paradigma, dieses Modell danach beurteilen, was es erklären kann und nicht danach, wie gut es mit Ihren derzeitigen Ansichten und Glaubenssätzen übereinstimmt, werden Sie feststellen, dass all die fundamentalen Paradoxer sowohl in der Natur als auch in den Geisteswissenschaften, in der Philosophie, im Paranormalen und sogar in der Theologie vollständig verschwinden und durch ein detailliertes Verständnis darüber ersetzt werden, wie und warum Realität so funktioniert, wie sie es tut. Es werden keine neuen Paradoxer geschaffen. Darüber hinaus wird auch noch eine neue Wissenschaft der subjektiven Welt geliefert. Sie sind Bewusstsein, eine Teilmenge des größeren Bewusstseinssystems, eine virtuelle Maschine, die innerhalb eines Großrechners läuft. Ihre Aufgabe besteht darin, Ihre Entropie zu verringern, indem Sie Entscheidungen von geringerer Entropie treffen, beziehungsweise indem Sie die Qualität Ihres Bewusstseins erhöhen, indem Sie qualitativ bessere Entscheidungen treffen. Um Ihre Entropie in einem sozialen System individuierter Bewusstseinseinheiten zu verringern, müssen Sie sich von Ihrer Angst und den Zwillingskindern der Angst, Ihrem Ego und Ihrem Glauben befreien, um fürsorglicher, kooperativer, engagierter und empathischer zu werden und zu jemandem, der das Wohl anderer in den Mittelpunkt stellt, anstatt ichbezogen zu sein. Während Sie die Qualität Ihres Bewusstseins weiterentwickeln, bewegen, reifen und wachsen Sie dahingehend, Liebe zu werden. Bewusstsein ist ein Informationssystem und als Bewusstsein haben Sie direkten Zugang zu einem Großteil der Informationen innerhalb des Bewusstseinssystems und indirekten Zugang zu sämtlichen Informationen. Dies erklärt viele Psy-Phänomene und erklärt, woher die paranormalen Informationen kommen. Der Rest der Psy-Phänomene erklärt sich aus der Tatsache, dass die Absicht der fokussierten Seinsebene im Gegensatz zur Absicht auf der intellektuellen Ebene die Zukunftswahrscheinlichkeit modifiziert und aus der Tatsache, dass sämtliches Bewusstsein vernetzt ist. Die Natur bzw. das Wesen von Bewusstsein und Realität und die Rolle, die Sie darin spielen, ist nicht alles, was dieses neue Paradigma liefert. Das ist erst der Anfang. Es leitet sowohl die Quantenphysik als auch die Relativitätstheorie aus ihren Grundprinzipien ab und beendet damit die seltsame Verrücktheit der Quanten und erklärt, wie und warum die sogenannte Wahrscheinlichkeitswellenfunktion ein physisches Teilchen erzeugt. Es erklärt, warum C eine Konstante ist, die meiste Zeit über, und warum C sich gelegentlich geringfügig ändert. Es leitet paranormale Phänomene wissenschaftlich her und erklärt diese, löst all die hervorstechenden Paradoxa in den Natur- und Geisteswissenschaften, der Philosophie, der Metaphysik und sogar der Theologie auf, ohne dabei neue Annahmen oder Paradoxa zu erzeugen. Ich habe eine Reihe von fünf quantenphysikalischen Experimenten in der Peer-Review-Zeitschrift International Journal of Quantum Foundations veröffentlicht, die den Beweis dafür erbringen werden, dass dies eine virtuelle Realität ist und das Bewusstsein der Computer ist. Die Ergebnisse werden bald verfügbar sein. Diese neue Perspektive liefert nicht nur eine bessere, allgemeinere Wissenschaft der objektiven Welt, sondern bringt ebenso eine neue, detaillierte Wissenschaft der subjektiven Welt hervor. Eine Wissenschaft, die Ihnen sagen kann, warum es in Ihrem Leben Schmerz gibt und Sie sich durchkämpfen müssen. Sagen kann, wie Sie Ihre Beziehung verbessern, wie Sie unter Ihren derzeitigen Gegebenheiten glücklich und erfüllt sein können und wie Sie in einer unruhigen Welt Frieden finden können. Ich glaube, dass dieses neue Verständnis von Bewusstsein und Realität den nächsten großen Paradigmenwechsel sowohl in der Wissenschaft als auch im Leben darstellt. Neue Paradigmen, die sich stark von den derzeitigen Glaubenssätzen unterscheiden, werden Zeit brauchen, um die Neigung der Menschen zu durchdringen, an alten Glaubenssätzen, alten Perspektiven festzuhalten. Es mag Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauern. Aber da die Wahrheit nicht zerbrechlich ist, wird sie letztendlich an die Spitze des Stapels konkurrierender Ideen aufsteigen. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Konzepte oder etwas Ihnen sehr ähnliches zu Ihrem zukünftigen Verständnis werden, weil sie auf sehr einfache und elegante Weise eine bessere, allgemeinere Wissenschaft liefert und ein besseres, zufriedeneres Leben ermöglicht.